Du? Kleine Spinnerin, du. Nein, nicht mein Knie. Hallo? Mäuschen? Kuckuck? 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 Kau! Verrückte Nudel, du! Mimi, Schatzi, ich hab dein Spielzeug ausgeleert. Wollen wir ein bisschen spielen? Kommst du mal in den Flur? Ich will spielen. Komm, mir ist langweilig. Komm, ich will spielen. Schau mal, Mimi. Ich will mit deinen Spielsachen spielen. Komm. Schau mal, das ist neu. Das hast du heute erst bekommen. Schau mal. Das ist da. Schau mal. Tu mal ein bisschen spielen mit mir. Komm, mir ist langweilig. Komm. Schau mal deinen Kami-Deckel. Hm. Schau mal da. Komm. Komm. Lass uns ein bisschen spielen. Komm. Komm. Hopp. Komm. Da. Mit der Maus. Wollen wir das spielen? Hm? Na komm, mir ist langweilig. Komm. Tu mal ein bisschen spielen. Komm. 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 Also Schatze willst du nicht spielen, ja? Okay. Naja, sonst war er jetzt ein bisschen noch draußen. Wo willst denn hin, Mimi? Oh oh, das wird deinem Nachbarn aber nicht gefallen, Mäuschen. Hm? Was hat denn die da? Ich seh nix. Krass. Schatze, das wird ein Gattendiktator aber nicht gefallen, was du da machst. Das hier ist ein Gemeinschaftsgarten, aber wir setzen uns schon seit, naja, zwei Jahren hier nicht mehr rein oder so, weil der Gattendiktator hier alles bestimmt und so. Deswegen habe ich auch gar keine Lust, mich da rauszusetzen mehr. Und hier ist unser Bereich und aber da ist einfach viel zu laut. Na Schatz? Doch wieder rein? Hm? Du hast nur den Hund gehört. Die Finja. Nein? Doch, doch, die ist in der Küche, ne? Ne? Finja. Also nochmal zu dem Thema Garten. Da hat die Finja vor zweieinhalb Jahren oder sowas, hat die da mal angeblich reingepinkelt und dann wurde sie angemeckert und naja, das andere sage ich jetzt lieber nicht, was der noch gemacht hat. Und ja, deswegen habe ich da überhaupt keine Lust mehr, da überhaupt mich reinzusetzen, auch wenn der mal nicht da ist oder sowas. Ja, und deswegen muss ich auch meistens dann auf die Mimi aufpassen. Wenn sie draußen ist, muss ich ganz, ganz aufpassen, weil wenn der dann plötzlich rauskommt und das sieht, dass der im Garten ist, die Mimi, nicht, dass der dann, naja, mit dem Spaten auf sie losgeht oder sowas. Da, naja. Na Mimi, Schatzi? Nicht du? Noch du Schatz, du? Du bist meine Süße, ne? Mein Baby. Baby.